Hallo und herzlich willkommen bei der Kassade zu dem 4. Wir spielen den zweitletzten Star-World-Level, zweitletzten. Dann geht's zu dem zweitletzten Level in diesem Spiel und dann zum Schloss. Sehr steht. Warte. Hab, falsch gemacht. Ich will rübergehen, hierhin. Sehr steht. Was? Lauf schneller. Wieso kann ich nicht schneller laufen? Wieso komme ich nicht rüber? Ich will rüber. Auf die Flamme kann ich nicht jumpen. Hä? Wieso kann ich nicht rüber? Ah! zu drehen wenn ich was machen will ich kann da nicht vorbei hör mal wie sehr kann eine flamme nerven noch mal neu letztens habe ich mit gedruckt sein geschafft diesmal schafft es irgendwie nicht das wird knapp noch ein stück also wenn der geist da oben nicht da wer mit dem flamme dann hätte dann wäre es das alles viel leichter also jetzt ok das muss jetzt irgendwie schaffen vielleicht im schritt tempo ja 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 okay ich habe wieder zu wenig ein bisschen nach oben gehen maaa Mann! Das war so gut. Ich war auf mich selbst stolz. Das gibt's doch nicht. Ah, mein Asi. Wieso auch immer? Immer wenn ich aufnehme. Oh Mann! Vielleicht soll ich nicht einfach zu weit nach vorne gehen. Einfach langsam. Ich will nicht mehr. Noa, vorhin ging's doch so gut bei der einen Stelle. Was ist los? Hau rein, Junge! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Okay, ich komm hier nicht mehr durch. Hab ich versagt? Nein, ich hab's nicht versagt. Oh, den brauch ich noch! Was?! Geh nicht so schnell! Bleib langsam! Geh schnell! Ich hab's geschafft! Da das Level irgendwie so kurz war, mach ich noch den letzten dazu. Also den letzten mache ich hier zu, mit Pickstate natürlich erst. Ich hab's geschafft! Ach so. Ich hab' ich schon was. Ich hab' ich hier ... Hä? Ich verstehe es nicht. Ah. Mann. Okay, ich muss nur auf die Feuerball springen und dann rüber und sterben. Obst, das war zu spät. Das war zu früh. Das war nicht richtig. Ist er komplett falsch? Ist er am Arsch gericht? Da musste ich meine Nase jucken. Hier musste ich niesen. Da habe ich gezwingt. Da musste ich aufs Klo. Da bin ich sogar im Real Life gestorben. Hier habe ich meine depressiven Tage. Ich weiß nicht, was ich überhaupt mache. Ah, Mann ey. Wieso hänge ich jedes Mal beim Anfang und dann läuft's? Ich drück doch nicht so hoch. Okay, klappt nicht. Ich wollte schauen, ob ich das auf dem Ding schaffe. das war zu spät. Das war zu früh. Das ist machbar. Wie mach ich das? Das ist machbar. Wie mach ich das? Mann! Leck mich doch allein! Ah, fuck! Also mein Halsfunktionales wehen zu tun. Wasser trinken darf ich nicht bis abend. Mist! Ich will einfach da oben nichts. dazwischen durchgehen geht es überhaupt wenn es nicht geht dann habe ich dann ist ja auch nicht ich habe kurz überlegt man da runter kommt ich habe es geschafft es geht wieso spricht nicht mehr Ah, okay, ich hab's verkackt. Ich kann's nicht mehr retten. Nö, ich kann's nicht mehr retten. Ich hab mein Hals. Jetzt springe ich so weit weg. Hör doch auf, so weit weg zu springen! Mö, ich kann's nicht mehr retten. rien man man da war es doch wieso mache ich wieder laden was der hat mich geküsst ich will ihn nicht jetzt spring doch ja wenn er sich umtritt kann ich schwer was machen wollen wenn die stacheln nicht hier werden jetzt was ich habe kapiert was ich falsch gemacht habe denn ich brauche die panzer um den teil zu zerstören ist das heißt ich darf ihn nicht töten ich nehme mal die panzer mit das war zu hoch da ich du hast ich will die beiden töten und dann noch überleben klappt nicht ich will mal was probieren ok so kann ich es machen ich will alle beide wenn ich mal ein bisschen besser spielen danke was ich werde mal den partier des dort mit zu lang ich mache es weiter ich komme einfach mal bis dort hin und dann mache ich es aus das habe ich ja jetzt 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 kommt auch noch das was mehr da draußen oder draußen ich bin einfach den partier ich muss noch was anders machen natürlich wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss ja 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 ja